Das Gebet Vaterunser Die Menschen merkten, wie wichtig das Beten für Jesus war. Jetzt antwortete Jesus auf die Fragen seiner Freunde mit einem Gebet. Und das geht so. Wir singen das Gebet. Vaterunser, du bist im Himmel, geheilig werde dein Name. Kein Reich komme, dein Wille geschehen, geheilig werde dein Name. Geh im Himmel, so auch auf Erden, geheilig werde dein Name. Unser täglich Brot, gib uns heute, geheilig werde dein Name. Und vergib uns all unsere Schulden, geheilig werde dein Name. Wie auch wir unseren Schulden vergeben, geheilig werde dein Name. Und für uns, Herr, nicht in Versuchung, geheiligt werde dein Name. Sondern wir müssen uns von den Bösen, geheilig werde dein Name. Denn dein ist das Reich und die Kraft und geheilig werde dein Name. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, geheilig werde dein Name. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020